Wir haben den 27. Januar, ganz ganz kurzes Video nur, um schnell zu machen, weil Faschisten Google mir halt tierisch auf den Senkel geht und sie mich halt terrorisieren auf dem YouTube-Kanal und überall. Ganz kurz hier zu eurem tollen Internet, was ihr da so als Revolution empfindet und Freiheit und sowas. Ich gebe hier in Google unter Anführungsstrichen meinen Vornamen und Familiennamen an und schaue, was als Ergebnis kommt. Wir haben about 1310 Ergebnisse und um das schnell zu machen. Es ist überall das, wo mein Name vollständig, also dieser Name vollständig drin vorkommt. Und wenn man jetzt hingeht bei 1300 rund, etwa über 1300 Ergebnissen. Hier hat eine Seite, hat hier 10 Ergebnisse. 2, 4, 6, 8, 10 pro Seite. Das sind also 130 Seiten oder 131 Seiten, die es sein müssen. Jetzt gehen wir 10 Seiten vor, damit es auch schnell geht, weil ich weiß ja, wie es hier läuft, wo es endet. Es endet nämlich bei der Seite 10. Ja, deswegen gehen wir auch gerade da hin. Wir können also 10 Seiten durchgehen und dann sehen wir hier oben, Page 10, 10, 97 nur noch. Die Ergebnisse sind auf 97. Das habe ich in einem anderen Video schon mal gezeigt und hier ist Ende. Hier sind nur noch 7 auf der letzten Seite. Also 97 Ergebnisse bekomme ich und weiter kann man hier nicht drücken. Das ist das Internet, was sie euch zeigen. Das, was ihr, die Welt draußen hat. Jetzt überlegt euch mal, wie viel Prozent das von den tatsächlichen Ergebnissen sind. Das ist also totaler Schwachsinn. Sie geben euch einen Dreck im Großen und Ganzen. Ich meine, bei meinem Fall ist es ein bisschen anders als bei anderen. Aber im Großen und Ganzen, die geben euch 20% des existierenden Internets. Das ist das, was ihr bekommt, womit ihr bessere Gehirnböche als jedes Fernsehen, als alle Sender zusammen, was das Internet euch bietet. Das kann ich euch sagen. Und dann haben wir das Darknet, was, oh Geheimnisvoll und oh Kriminelle und oh, das ist nur damit die Leute und die Vollaffen denken, oh, totaler Schwachsinn ist das Militär. Und ja, damit man denkt, es wäre Anarchie im Internet, totaler Schwachsinn. Und ja, Mafia, Militär, alles das Gleiche. Und ja, und letztendlich ist da eine ganze Menge Internet. Eine ganze, ganze, ganze Menge. Das ist nur für die elitären Bastarde, für die Logenaffen, für deren Universitäten, wo gegen Menschen geforscht wird. Und ja, deren, ja, Forschungen, alles das, die haben Zugang zu Internet, zum wirklichen Internet. Wir haben, wir haben kein Internet. Also ich meine, selbst das, was wir damals, ich kriege es ja von Anfang an mit, das war ja, das war wenigstens noch ein Anschein des Internets, ja. Ja, mittlerweile das ist das allerletzte, lächerlichste, was hier abläuft, ist, und wirklich, äh, powered by Google, kann ich dazu nur sagen. Ja, vor vielen, vielen Jahren, ne, vor, was weiß ich, wie viele Jahre, weil, über ein Jahrzehnt, ach, 15, ja, was weiß ich, hab ich vor Google doch gedacht, da, die haben einen Plan. Ja, ich weiß, was die einen Plan haben, Satans Plan haben die. Ganz ein Affen, Militär halt, ja. Aber das ist, ja, eure, eure, eure Welt, weil ihr euch nicht wehrt. Ich wehr mich aber, wie gesagt, alleine. Ihr gebt mir alle auf den Sack, kann ich nur sagen, weil die ganzen Feiglinge und die das Maul aufreißen und echt nichts tun. Naja, ihr werdet über euch kommen, am Tag X. Viel Spaß dabei.